Ah, wunderschön. Und nee, 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 nee. Resident Evil 4, Randomizer. Woohoo! Profi. Damn fucking Rocket Launcher. Haha! Que carajo estas haciendo aquí? Largate cabron! Wie hast du mich genannt? Rrrr, ins Gesicht, juhu. Zack. Und dann auch noch ein Hinterherschlitz. Das war's. Bist du geisteskrank? Geh doch weg! Das geht gleich in die Luft. Oh Gott. Alter. Jetzt hört doch mal auf, immer mit eurem scheiß Dynamit verdammt nochmal. Das tötet Leute. Ich hab's doch gesagt. Lass es lieber. Was? Sprich Deutsch. Gott. Alter. Alter. Das ist einer mit dem Rocket Launcher. Der hat Bock eigentlich. Der hat Bock. Der möchte auch wohl gerne. Aber ich glaube, der, der macht nicht. Oder? Na, Bros. Alles gut. Broskis. Ey, der hat eine coole Kette. Hat der Bauchbehaarung? Ich glaube, der hat Bauchbehaarung. Geil. Friss meine Waffe. Na gut, ich glaube, die machen nicht viel. Dann gehen wir nochmal weiter. Alter, wie die hier alle mit ihrem scheiß Rocket Launcher rumstehen, ne? Das macht mich fertig. Wenn einer von denen auch nur auf die Idee kommt zu schießen, dann ist es vorbei. Ja gut, der eine, der wirft. Gott. Hilfe. Wir kriegen auf jeden Fall ganz viele Frauen. Die sind alle einfach zu töten. Die muss nämlich nur warten, bis die einmal anfangen. Und dann brennt man die einfach zu Tode. Ne? Also, ich habe zwar gerade gesagt, die sind einfach zu töten, ne? Aber wenn man sich dumm anstellt, dann bringt das auch nichts. Die töten wir jetzt alle. Ich habe zwar gesagt, Munition ist wichtig, aber Leute töten ist noch viel wichtiger. Genau wie ich gesagt habe. Bam. 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 Uuuu. Uuuu. Äh. Die werden böse. Jetzt packen die sogar Kettensägen aus. Oh Gott, nein. Hinter mir auch noch. Oh. Okay. Die Musik fehlt ein wenig. Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Sehr schön. Hast du was? Du hast nichts. Ja. Oh. La Campana. La Campana. Beste Line im Game. Nein, ich höre nichts. Ich sehe aber ein Ei. Und da sehe ich ein Gegner. Nee, 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 nee. Fuck it, fuck it, fuck it. Nee, 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 nee. Das ist eindeutig nicht meins. Ach, scheiße. Warum müssen das Kettensägenfrauen sein? Ich glaube, ich habe dann nicht mal die Chance, den Schatz zu holen, der da hinten rumäumelt. Oder? Haben wir? Ja, haben wir. Okay. Aber jetzt ist Ei weg. Nein! Gott, da sind, da ist auch noch eine. Das sind viel zu viele. Da bekomme ich nicht klar. Ihr könnt mich mal allesamt. Eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, ich sehe bestimmt vier Kettensägen. Was? Hä? Willst du Stress oder was? Oh, fuck. Was zur Hölle ist da hinten los? Oh, Gott, nein. Einer hat mich entdeckt. Nee, nee, nee. Du willst den Scheiß werfen? Ich sehe es doch schon. Stirb. Stirb. Spanischer Bürger. Danke. Oh, Gott, nein. Die Nächsten kommen. Du, das ist ein Witz. Hör auf. Es ist noch nicht an der Zeit, dass ihr rauskommt. Hilfe. Ah. Ich komme hier durch. Ich komme hier durch. Irgendwie komme ich hier durch. Oh, fuck. Lasst mich in Ruhe. Oh, Gott. Ich bin da durchgekommen. Ha, ha. Ihr Lappen. Oh, Gott, nein. Die kommen. Okay, dann gehe ich aber weiter. Ich wollte dich gestört haben. Oh, ha. Hunde. Hunde. Also, die Ritter sind eine Sache, aber die Hunde. Oh, Gott. Der Ritter kommt. Hallo, Kollegen. Oh, Gott. Wie viele seid ihr? Da ist auch noch ein Hund. Ah. Scheiße. Darf ich hier durch? Kollege. Danke. Okay. Kleine Hinderung. Ich gehe erst mal hier unten leiten. Danke. Moin. Bräuchte mir noch die Munition, danke. Hör. Die sind hier eigentlich zu viele. Oh, oh. Oh, 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 oh. Das kann doch ihr euch ernst sein. Hoch hier. Hier ist aber noch einer. Was ist falsch mit euch? Moin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nein, die sind da oben stuck. Fress das. Schön. Lass dir mich bitte durch. Nein. Nicht gut. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Ich müsste hier bitte rüber. Danke, danke, danke. Ich werde jetzt einfach mal auf das Wunderbare etwas an Loot verzichten. Oh, Gott. Weg hier. Eindeutig weg hier. Oh, nein. Mann hört das Grauen schon. Ich komme nicht so gut mit sowas klar. Wenn die mich einmal packen, dann habe ich doch sofort Probleme. Ja, Gott. Natürlich kann er die Tür aufmachen. Oh, noch einer. Äh. Ich muss vorbei. Tut mir leid. Aha. Ja, bleib mal schön da. Warum müssen es immer Ritter sein? Nein, 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 nein. Keine fucking Kettensäge. Dankeschön. Das ist ein fucking Witz. Ich meine, zum Glück ist hier ganz viel Freiraum. Da interessiert es mich eigentlich kaum, aber... Ach so, der hat also kein Interesse mehr. Okay, wunderbar. Ciao. Äh, hallo? Nein. Ich erkenne hier ein Problem. Bitte nicht. Ich werde eingekäsigt. Nein. Er macht mir einen Weg frei. Dankeschön. Mehr wollte ich nicht. Gott, ich muss den nur... Aufpassen auf die ganzen fucking Fallen. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Hier unten liegt, glaube ich, noch eine. Ja, da vorne liegt noch eine. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und wir sind safe. Gentlemen. Okay. Das grillen wir doch hiermit, oder? Fressen Sie das? Ich glaube, ich weiß, was das war. Die Gegner, die sind immer noch beziehungsweise sind schon getriggert. Die rennen gerade alle wie blöd in diese ganzen Dinger rein. Okay, wir rennen mit dir. Leon, schön schnell rennen. Wunderbar. Du machst das gut, Leon. Oh Gott. Äh. Also, wie fucking nochmal unfair wäre das denn gewesen? Die hat der Felsen, die hat ja genau abgepasst, wo ich landen werde. Äh. Zum Glück. Zum Glück war der Felsen da. Gott sei Dank gab's den Felsen. Oh Gott. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr von euch. Moin. Äh. Ne, 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 ne. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ah, ah, ah. Das ist, das ist eindeutig nicht mehr meins. Ne. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das sind mir zu viele Kettensägen auf einem Haufen. Was sagt ein ekelhaftes Fischmonster? Hihihihihi. Schlitz. 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 Ah, wunderbar. Häh. Häh. Das ist fucking nochmal unfair. Wie zu hell hätte ich da denn was gegen tun sollen? Hehehe. Thank you. Ja, nice. Moin. Okay. Ich musste nicht mal was machen und schon ist er in der nächsten Phase. Ich bin einfach ein Gott. Der ist ganz tot. Ach, du, das nehme ich auch. Ah, wunderschön. Hello there. Oh, ne, 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 ne. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich werde mir ein bisschen was hier grabben, aber dann ist auch vorbei. Das ist ein schlechter Witz. Ah! Nö, nö, nö. Ich bekämpfe den jetzt nicht. Könnte mich mal. Wow. Wow. Selbst das Game hat keinen Bock auf Ashley. Hahaha. Hahaha. Haha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020